go live go live kommt was sieht man was er weiß das schon ist das jetzt auf dem ich glaube möglicherweise ja und zwar mit ganz wenig versatz heute hier wir sind ja richtig schnell online so schön da sind ja tatsächlich leute da auch leute sich da habe ich es wenn hier vor schon mal gesehen oder ist der neu bist du neues wenn wie ist denn der fachbegriff für diese kleinen audio clips diese klasse ein spieler was weiß ich kohorn oder trombone wie folie folie f o l e y oder so also für für filme vertonen meinst du ja 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 das ist folie copy website address und dann kommt der youtube-chat hier noch an das und die uhrzeit keiner da ton was ist mit ton kommt kein ton oder kommt ton und bild ne kommt wohl kommt wohl kai steffen senn hannes uwe manuel peter michael ne pet hat gesagt zu früh ja es tut uns leid heute ist irgendwie also also wir können mal ganz kurz erklären was hier so alles los war also dienstag so vor anderthalb zwei stunden vor der sendung hatte ich was man eine aura nennt das ist so quasi migräne ohne migräne also das habe ich davor zweimal in meinem leben gehabt und wir haben sind dienstag noch mal und das ist quasi also leute die migräne haben oder manche kennen das da somit so kündigt sich manchmal diese migräne an wo man hinterher damit mit übeln kopfschmerzen irgendwie nur noch auf dem sofa abhängen kann bei mir kam das wieder ohne also letztendlich im im blickfeld linke seite im blickfeld ein ein zackiger halbkreis der aus bunten flimmernden lichtern bestand der immer größer geworden ist über 20 minuten ungefähr doch und dort war das irgendwann rum nach 20 minuten und dann war ich ziemlich groggy wie gesagt das habe ich zweimal habe ich einmal habe ich das vor 20 jahren gehabt und dann noch mal vor zwei jahren und jetzt wieder also kein grund zur beunruhigung aber ja plötzlich so hoch das kennste was ich das erste mal gehabt habe ich zum arzt gegangen weil ich dachte ich habe irgendwie schlaganfall oder so sagt der arzt ohne ist normal dann habe ich gegoogelt und hat tatsächlich jemand sogar ein youtube video gemacht wie das aussieht also das quasi nachgebaut und ich gucke mir das an und sag bingo das war's also datieren so hast du hast du mal einen link zu dem video vielleicht noch nee das habe ich damals gesucht was habe ich aktuell vor 20 jahren gab es überhaupt schon youtube dann war das eine website wo das jemand aufgemalt hat oder so ja und dann haben habe ich dann dienstag gesagt nö ich mache jetzt doch doch lieber keine sendung weil weil ich bin heute in der birne und kürzlich hat jemand das das gehirn das ist quasi sowas wie ein elektrisches gewitter im gehirn kürzlich hat das jemand genau keine kennt das hat das jemand hat jemand das hirn als electric meat bezeichnet da dachte ich ob das stimmt ungefähr ja stimmt schon ja dann wollten wir das ganze auf mittwoch verschieben genau und jetzt kommst du weil dann habe ich gesagt ja mal mittwoch und du so ja das sind später vielleicht und so und genau dann habe ich gesagt ich habe das quasi über den zaun geworfen in deinen garten rein diesen stein ja genau dann gesagt ja mittwoch machen wir sonst dann auch wenn was mal verschieben dann machen wir mittwoch und dann dachte ich moment halt weil wir renovieren gerade das wohnzimmer bzw lassen es renovieren ja aber handwerker ist nicht so ganz einfach und der maler macht halt kein elektro und auch wenn löcher in die decke bohren jetzt per se erst mal nicht elektro ist aber wenn es eine lichtschiene ist auf der strom fließen würde wenn den strom angeschlossen wäre dann ist es halt elektro macht er dann halt nicht und wir haben eine relativ harte beton decke also ich bin mir nicht sicher ob das beton ist das kann auch irgendein außerirdisches material von irgendeinem asteroiden sein was da verwendet wurde das ist jedenfalls eine sehr harte decke und damals hat man noch mit granit gebaut ja das vermutlich ist das ist wahrscheinlich aus italien marmor oder so keine ahnung sehr hart jedenfalls und mein schwiegervater der sowieso immer gerne helfen möchte und die natürlich auch neugierig sind wie das aussieht hat dann gesagt ja wenn ich mal hilfe brauche kann er irgendwas anfassen und ich sagte nee du bist ja ein maler der tapeziert und macht das ja alles selber da brauchst du nicht kommen aber habe ich dann gesagt wenn du helfen willst ich will also lichtschienen an die decke machen und da muss ich löcher bohren mit schlagbohrer also richtig harte decke und so ja das ist überhaupt kein problem ich habe in meinem leben schon tausende löcher in decken gebohrt schlagbohrer aber du solltest doch einen bohrhammer benutzen haben jetzt gelernt frag mich nicht nach dem fachbegriffen eine maschine die hämmert also die bohrhammer und schlagbohrer sind zwei unterschiedliche ja will ich jetzt gar nicht wissen wir haben maschinen und die machen rüttel und keine ahnung wenn das halt nicht die richtige maschine ist es nicht mein problem weil ich habe es ja nicht gebohrt mein schwiegervater hat gesagt er schon tausend löcher gebohrt ja und dann ist er gekommen abends dann also muss erwarten bis der maler dann raus ist ja und dann hat er da die ersten löcher gebohrt und am anfang hat sich das auch gezogen weil du musst natürlich gucken da wo die kabel aus der decke kommen da muss ein ganz schmales anschluss stückchen dran und das ist echt nicht groß das ist hier so ein kleines kistchen nur ich halte das mal in die kamera und das ist 18 mm breit und da in drin ist sondern so ein fach da müssen die kabel rein die aus der decke kommen und das sind richtig steife kupferadern also nichts mit gedrillten kabeln oder so da kommt richtig kupferdraht raus und das geht da nur ganz schwer rein und dann war da noch so ein metall ding mit gewinde wo man wahrscheinlich eine lampe ursprünglich mal dran gehängt hatte oder zum was weiß ich also alles irgendwie im weg und das ist schwer so und dann muss das alles gerade und hat gedauert bis wir überhaupt mal angezeichnet hatten wo wir lang wollen ja dann musste immer eine schiene halt reinstecken damit du weißt wo die wo die löcher hin müssen und das angezeichnet es ist das ist so schmal dass mit einem normalen bleistift hier so gerade eben rein kommst und dann haben wir also die löcher angezeichnet ja und dann angefangen zu bohren dann habe ich erschrocken wie hart diese decke ist ist mir schon klar dass mir niemand irgendetwas glaubt wenn es um aber ihr musstet ja auch nur zwei löcher machen oder nein es sind also hierfür ist einer für die nächste schiene sind dann drei dann noch mal 345 noch mal also zehn kai wagner möchte im laser bohren hätte ich auch gemacht hier noch sprengspur genommen und in die andere richtung auch noch mal zwölf sondern haben also die eine richtung löcher gemacht das waren aber so zehn elf löcher oder sowas und dann habe ich schon gemerkt der fängt an zu schwächeln also nicht der bohrer sondern der mensch der den bohrer gehalten hat mein schwiegervater ist noch nicht über kopf machen und das schwere ding über kopf auf der leiter und dann druck aufbauen und so und ich weiß dass ich habe hier im büro die lampen dran gemacht und in der küche und ich wollte das nicht noch mal machen war so dankbar dass er mir da geholfen hat aber er ist halt eben auch nicht mehr der jüngste und er war vorher schon im haus was sein bruder gerade baut und hat da noch geholfen also der war halt auch jetzt nicht mehr so ganz fit abends ja und dann hat er irgendwann habe ich dann gesagt komm lass uns das jetzt abbrechen bevor du mir hier um kippst und dann sagte ich komme dann nächsten morgen wieder aber zu dem zeitpunkt war halt die zeit verstrichen also wo ich gedacht hätte in zwei stunden sind wir durch mit dem thema das hat halt nicht geklappt und da musste ich das halt absagen weil das hätte nicht mehr das hätten wir nicht mehr hingekriegt naja jetzt sind alle löcher sind jetzt gebohrt es sind jetzt auch die dübel drin donnerstag konnte ich nicht da hatte ich andere termine und jetzt ist freitag dann ist doch gut ja wir machen wir haben gesagt ausfallen ist keine option und deshalb machen wir eine sendung die wir tatsächlich nicht so lang weil wir haben dann noch was was wir nachher im edit noch hinten dran kleben was wir nicht komplett ausspielen heute und nun ja lass uns anfangen dass wir hier herrlich zu potte kommen damit wir dann auch wir machen das jetzt einfach mal mal gucken wie weit willkommen die heutige folge wird euch präsentiert von enjoykamera.com hier ist eine weitere ausgabe von happy shooting der foto podcast wir haben den freitag und es ist alles kaputt diese woche ist sowas von kaputt wir nehmen tatsächlich an einem freitag auf ich glaube das ist auch noch nicht passiert ich glaube die kommt dann samstag raus oder nein heute das schaffe ich nicht ich muss die runter zum editieren und so ja gut dann kommt das video später aus ich halte doch nicht zurück also ja kannst du machen das video das dauert dann halt noch einen tag oder das ist das hat technische gründe und das liegt an wieder mal an dieser plattform hier naja dass das y und das t wir sind happy shooting der foto podcast es ist heute tatsächlich der zehnte november 20 jetzt mal nachgeguckt ja muss ich hallo what do you expect und das ist auf jeden fall ist das hier quasi die live die live sendung die wir jemals gemacht haben und wir ja wir sind happy shooting und sind hier live auch tatsächlich obwohl es ist ja völlig abgefahren wir können eigentlich wann wir wollen podcasten das sind immer leute da also stark ja im hier im slack live dabei ist jochen lothar kai red knight dann haben wir noch den arndt dabei und den steffen und den sven und den hannes und den uwe also irgendwie manuel also es irgendwie mehr als am dienstag haben wir sollten wir sollten am freitagabend zum 16 freitagnachmittags um 16 uhr podcasten das ist einfach der dienstag ist kein guter termin scheint mir auch so egal ja auf jeden fall könnt ihr da mitmachen und im slack auf dem kanal dienstags 18 uhr weil heute ist dienstag und 18 uhr und wir ja egal also das hier ist auf jeden fall ein podcast über die fotografie und wir haben gleich mal zwei follow ups sommer mit den follow ups reingrätschen gleich das können wir machen und zwar einmal gibt es noch ein nachtrag zu adobe lightroom hdr sdr und so welche sachen so hat der nico geschrieben kurzes follow-up weil ihr in der happy shooting 825 darüber gesprochen habt und meine gedanken es in die folge geschafft haben habe mich sehr darüber gefreut die entwicklungseinstellungen werden durchaus in dng beziehungsweise xmp dateien gespeichert wenn man das zulässt also katalog einstellungen und änderungen automatisch in xmp speichern oder manuell per menü daten und dann metadaten in datei speichern hat man glaube ich auch erwähnt dass das passiert glaube ich auch ja ob da wirklich alles dabei ist also masken und so weiter habe ich nicht weiter geprüft aber zumindest alles was ich an den reglern gedreht habe war dabei damit kann man dngs beziehungsweise round xmp auch zwischen katalogen austauschen oder eben von lightroom im lokalen dateienmodus geöffnete gespeichern im lokalen dateienmodus geöffnet achso das war die geschichte wenn du im lightroom also nicht im classic sondern im lightroom mobile auf einem rechner lokal arbeitest und nicht in der cloud also die dateien lokal aus der verzeichnungsstruktur öffnest was dann mit den bearbeitungen passiert dass jetzt die bestätigung das landet in den dngs beziehungsweise den xmp files jetzt habe ich es verstanden alles klar gut und damit kannst du sie natürlich dann weiterverarbeiten ich nehme auch an dass in den xmp daten masken informationen drin sind das ist das eine gute frage oder das gibt es eine zusätzliche datei dafür fragen über fragen mensch nico das hätte es immer ausprobieren können ja ach da werden sich schon was eingefallen lassen haben gut dann sagt er zum thema hdr und die sdr vorschau er sagt mit dem standard einstellungen macht lightroom mit aktivierter sdr vorschau also du hast ein echtes hdr bild mit einem erweiterten dynamikumfang wie man es beim smartphone zum beispiel machen kann und gestern auf diese sdr vorschau also willst quasi eine bearbeitung haben die du jetzt exportieren könntest damit andere leute dieses bild sich angucken können da macht lightroom schon allerhand was weit weg von neutral ist und er hat hier einen vorschlag für eine neutrale entwicklung also wie das bild eher normal aussehen würde okay das ist aber auch nicht wissenschaftlich das ist wahrscheinlich eher so ausprobiert ausprobiert so sieht es neutral aus da hat er halt die helligkeit auf 25 plus den kontrast auf null die klarheit auf minus 100 also komplett rausgezogen offensichtlich die lichter auf plus 50 die tiefen minus 50 weiß wird plus also er hat ein bisschen an den reglern gedreht um das ganze neutral zu kriegen und er sagt vor allem der klarheit regler da kommt es je nach motiv schnell mal zu diesem hdr look einhorn kotze hier schreibt mit den anderen reglern muss man spielen und vor allem ist es hier so dass die hellen bereiche dann doch gelegentlich zur überbelichtung neigen und es in grenzbereichen sogar zur farbverschiebung kommt ja ist klar irgendwo muss ja diesen hdr tonumfang hin mappen und das kann natürlich auch mal komisch aussehen es wird ganz sicher nicht so aussehen wie das hdr bild ja kann es ja definitiv nicht richtig genau also nico hat damit offensichtlich schon viel spaß gehabt ein bisschen rumexperimentiert probiert wie gesagt gerne aus der hinweis eben dass man hdr bilder mit der str vorschau eben auch in eine in eine bearbeitung bekommt die anders ist als wenn man das hdr dann eben als sdr exportiert das finde ich schon ganz spannend ja also danke nico viel spaß und er schreibt auch wenn er zeit dazu findet im herbst mal ein blog artikel darüber zu schreiben nico schick uns dann gerne den link den teilen wir dann gerne das ist immer besser mit so vielen zahlenwerten als wenn man die hier so runter betet dann sind wir auf youtube noch rein rein getappt mal wieder content match vom feinsten und zwar im letzten video hatten wir werden über die apple keynote gesprochen dass die auf iphone gedreht waren da gab es dieses behind the scenes video wo ich dann irgendwie ein bisschen was hier in die sendung mit reingenommen habe und blog youtube so da ist in inhalte drin die nicht für die die ihr nicht dürft so ungefähr und die abhilfe ist dann tatsächlich relativ unzeremoniell klick auf rausschneiden das machen die dann intern das verschiebt dann irgendwie kapitelmarken und da fehlt ein stück aus der sendung eine minute oder zwei aber das ging nicht anders also wer da jetzt auf youtube sich gewundert hat dass das irgendwie alles ein bisschen verschoben ist das ist der grund ja so kann es gehen ich bin gerade etwas irritiert weil hier sind offensichtlich kinder an der tür und haben gesungen ist morgen nicht st martin ich dachte im elften singen die vom zehnten auf den elften gott vielleicht singen die an beiden tagen ist also wir haben wir haben noch ein bisschen schokolade da ne sowas so ist das nicht aber wenn die jetzt klingeln kann die moni ist nicht da ne die ist unterwegs gerade da ich kann die nachbarn oben haben aufgemacht also ich vermute sie klingeln hier nicht noch mal na gut werden wir sehen wir werden es hören also klingelt gehe ich dran weil das gehört sich so was sich was bei uns immer am zehnten elften na gut was aber nicht um 16 uhr was sich hier auch noch verschoben hat ist also mehr kulper ich bin schuld wir lösen auch heute die nuss aufgabe nicht auf weil chris ist bisschen blöd im kopf also tschuldigung vielleicht vielleicht hat deine aura die du da gesehen hast ja gar nicht miteinander zu tun das hat alles miteinander das hängt alles irgendwie zusammen das also und so gut wird nachgereicht wird nachgereicht klostergeister wir müssen über klostergeister also pass auf ne ich bin geflasht wir moment moment wir also wir haben wir haben letztes jahr hatten wir ausverkauft in 13 minuten bei der voll und wir haben ja als großspurig gesagt naja nee diesmal das wird nicht und so ja ich glaube jochen sagte was von ja dieses jahr in elf minuten super elf minuten uwe hatte glaube ich auch elf also irgendjemand hat elf minuten gesagt und hier spinnt ja wohl nee hat auch nicht gereicht war anders sechs minuten 20 sekunden ja es ist auf der einen seite ist es schon geil auf der einen seite ist es blöd für alle die die halt jetzt nicht irgendwie pünktlich um zwölf uhr zeit haben auf die webseite zu gehen aber da sind uns ein kleines bisschen natürlich die hände gebunden weil die seite wird aufgemacht du wirst es nicht allen recht machen können also ja es ist also wir haben den workshop ja verkleinert im vergleich zum letzten jahr haben wir gesagt also 27 offiziell es sind dann danach noch acht auf die warteliste gekommen wahrscheinlich mittlerweile noch mal ein zwei mehr aber die warteliste ist jetzt auch gut gefüllt es passiert doch immer wieder dass jemand von der warteliste ja auch nachrückt also wir hatten also wir haben regelmäßig fälle wo jemand kurzfristig noch sagt oh hoppla ist natürlich doof wenn man sich die woche dann irgendwie frei halten muss aber klar ja die bestätigungen gehen jetzt raus die ersten sind schon angekommen die ersten sind schon angekommen und auch die absagen werden rausgehen oder beziehungsweise die warteliste wartelisten mitteilung ist auch schon rausgegangen und ja und wir haben ja diesmal gesagt wir machen jetzt keine bevorzugung der neuen sondern wirklich rein nach zeit das hatte organisatorische gründe und das hat dazu geführt wir haben ja gesagt wir begeben der community in vorsprung indem wir euch sagen wann das aufgemacht wird und es nicht irgendwie groß rum posaunen das hat auch quasi funktioniert weil es sind ich glaube bis auf eine person alles wiederholer ihr seid ja völlig verrückt naja das ist natürlich für uns ist das natürlich ist dass die challenge wird für uns beide größer weil wir müssen natürlich den workshop auch mal wieder ein bisschen ausklopfen auch abbürsten und auffrischen weil sonst aber dazu dazu werde ich auf jeden fall ich würde sagen anfang des jahres mal noch eine umfrage machen also da kommt noch was dass wir da noch mal ein bisschen bei euch abklopfen was ja was 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 euch am workshop wichtig ist und an welchen stellen wir schwerpunkte legen sollen ich bin auch schon so also es sind schon so ein zwei sachen wo ich sagen würde ja das ist noch mal was ganz anderes ja also anfang des jahres kriegt ihr noch mal was klostergeister tipp kai nur projektzeit nee nee es ist tatsächlich natürlich immer wieder die frage wie machen wir diesen diesen diese abwägung zwischen und diese verteilung zwischen eigenständigem arbeiten und klassenzimmer unterricht frontal unterricht und 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 es gibt natürlich schon noch ganze menge möglichkeiten wo man da so ein bisschen was neues reinbringen kann also wie gesagt so ein zwei sachen habe ich im hinterkopf muss man mal gucken auf der einen seite wollen die gruppen natürlich möglichst viel zeit haben um tolle dinge zu machen zu denen man sonst das ganze jahr nicht kommt auf der anderen seite sind natürlich auch wieder viele teilnehmer innen wahrscheinlich dabei die mal was erfahren wollen was anderes lernen wollen dinge neu ausprobieren wollen und dann anleitung dafür haben möchten theorie praxis was auch immer wir müssen mal gucken also zum beispiel wenn mit einer neuen person brauchen wir diese schnitzeljagd brauchen wir nicht mehr machen das ist nein kennt ja jetzt als jeder oberen perfekten vorschlag am ersten tag alle blitzding sind dann könnt ihr das alte programm wieder abspulen ja das ist natürlich der eigentliche plan das problem ist ich komme an die geräte noch nicht dran du kommst an die geräte noch nicht dran an die geräte ja diese blitzding geräte die halten die unter verschluss ich habe da kontakt zu einem mib aber der will damit nicht rausrücken nur gut also wie gesagt oder hat es mir schon mal gegeben und ich weiß es nicht mehr also solltet ihr inputs fragen tipps was weiß ich haben haltet ihr noch ein bisschen zurück wir werden wahrscheinlich im januar oder so mal diese umfrage machen und da könnt ihr das dann alles rein kippen dann ist das ja alles ordentlich gesammelt und vielleicht interessiert euch ja mal irgendwie eine session zum thema business was man da so machen kann vielleicht interessiert euch mal was zum thema hochzeitsfotografie ich könnte mir auch mal noch ein gast vorstellen zum beispiel also das alles noch das noch einiges also gut schauen wir mal also ja ihr seid auf jeden fall komplett verrückt 6 minuten 20 btf ja nicht schlecht gut kommen wir zu den news wir haben eine kamera ankündigung gerade so ein bisschen diesmal das ist ja fast du bist ja am löcherbohren gewählt das stimmt und zwar das ist jetzt gerade so so an verschiedenen stellen rausgepurzelt die sony a9 mark 3 oh ja ich wollte ja die ankündigung sehen das video war ja angekündigt die vorstellung und wie du gesagt hast ich war ja hier am löcherbohren ich war und das große thema an der stelle ist der global shutter okay was ist ein global schatter also normalerweise wenn wir so zemos sensoren uns anschauen die werden zahlenweise ausgelesen das ist zwar relativ schnell aber ja gerade an neuen war sehr schnell genau aber elektronische blitz synchronzeit von der 400 zelt was schon echt enorm war aber du hast halt trotzdem das problem dass ganz schnelle bewegungen ist es wieder du hast das problem dass ganz schnelle bewegungen also das beispiel so jemand der so mit dem schwert einmal quer durchs bild zieht da ist es halt krumm ja golfschläger oder golfschläger der klassiker das ist allerdings etwas was ein schlitzverschluss generell ja auch hat also richtig normale schlitzverschluss nicht nur der elektronische sondern auch der mit den zwei vorhängen richtig da hast du das problem auch wenn du sehr kurze belichtungszeiten machst der schlitz braucht eine weile bis als belichtet hat und der zeit hat sich halt der rotor oder der golfschläger weiter bewegt und dann hast halt krumme linien so und global schatter ist jetzt der verschluss der elektronische verschluss der jedes pixel identisch zur gleichen zeit also der heilige grail so ja so und dann reden die hat das jetzt die hat das jetzt dann wird das haben weil er gleich vorher 24 das ist jetzt noch vor serie und so weiter also das ist jetzt kannst jetzt nicht in laden gehen kaufen aber wie gesagt sony hat damit ein splash gemacht quasi wie man so schön sagt ja wir haben damit verschlusszeiten und zwar verschlusszeiten die die gleichzeitig ausgelesen werden von bis zu einer 80 tausendstel sekunde eine 80.000 80 tausendstel sekunde beziehungsweise wenn die blende größer als 1 8 ist dann nur eine 16 tausendstel wie gesagt vor serie verstehe ich auch nicht ganz warum aber auf jeden fall bis zu einer 80 tausendstel sekunde ok und der global schatter der macht jetzt auch dass du mit dieser 80 tausendstel sekunde wenn du möchtest flash sync hinbekommst doch er jetzt ne sprachlos oder ich ja du kannst du kannst mit jeder geschwindigkeit mit jeder shutter speed von dieser kamera kannst du dann blitz synchron was ja irgendwie sinn ergibt weil wenn du alle pixel gleichzeitig ausliest dann hast du ja per definition keine sync zeit sondern richtig also die sync zeit ist dann nicht mehr die zeit die der schlitz braucht sondern die sync zeit ist dann die zeit die die elektronik braucht also die pixel also um das memory zu schalten du musst den sensor ja scharf schalten also präsenten scharf schalten stoppen und wieder auslesen das ist dann quasi deine eigentliche sync zeit und die ist natürlich sehr kurz offensichtlich und damit kannst du jetzt natürlich bei praller sonne mit draußen mit blitz arbeiten und den himmel dunkel machen oder so ohne da irgendwie schabernack machen zu müssen ja gut wobei also wenn du jetzt brauchst du brauchst den power der natürlich entsprechend brauchst du brauchst also wenn du nur 80 sekunden 80 tausendste belicht ist dann wird auch vom vom besten blitz halt nicht alles licht benutzt was der blitz aussendet weil der blitz selber geht ja auch von synchronzeiten aus und gibt seine volle leistung ja über einen längeren zeitraum ab an der stelle ist natürlich der blitz das langsamere teils ja definitiv blitz ist dann zu langsam so ein blitz der hat der hat ja so eine kurve also der der geht relativ schnell nach oben von helligkeit und und sinkt dann so so quasi so 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 schräg wieder ab im diagramm und da reden wir dann von teilweise bis bis der dann auf der hälfte runter ist oder so von einer zweihundertstel sekunde oder so genau die synchronzeit halt die übliche die hat er ja zeit um die leistung zu geben und ja also jochen hat es erfasst dann kann man quasi die helligkeit des blitzes auch mit der verschlusszeit steuern richtig korrekt was bisher eigentlich nicht so wirklich ein das ist ja krank wie schnell die elektronik da drin das schalten muss und denen den sensor entsprechend scharf machen muss ja also flash sync mit jeder geschwindigkeit frames pro sekunde bis zu 120 und zwar mit voller auflösung und zwar mit voller auflösung mit fokus mit autofokus nachführung allerdings nur wenn da original sony glas drauf ist third party objektive nur 15 frames pro sekunde mit fremdglas das ist ein ganz großer stolper stein an der stelle hängt wahrscheinlich mit der kommunikation mit den sendern und so was zusammen das ist etwas besonderes trickreiches was haben sie noch gerade bei diesen bei diesen kurzen zeiten hast natürlich dann auch das flicker problem wenn das also die kamera wenn du dir vorstellst so eine 50 herz leuchtstoffröhre dann die kamera schafft das aber die misst das und löst dann quasi aus dass der peak von dieser helligkeits kurve mitgenommen wird aber selbst leds also die haben natürlich also unter umständen eine sehr viel höhere frequenz ja aber auch das ist irgendwie zehntausend oder so und wenn du mit 80.000 herz daher kommst dann kannst du auch eine led im dunkel in der dunklen kurve finden erwischen gut autofokus geht jetzt mit fünf minus fünf evs runter also noch mal zwei blendenstufen besser das ist tatsächlich etwas was im augenblick alle auf dem schirm ja autofokus wird immer besser ja dann bei diesem vorserien modell jetzt wird es interessant iso native 250 das hat mit diesem neuen sensor zu tun obergrenze wohl 25.600 was wie sich das auswirkt wissen wir nicht bildqualität ist auch so ein thema da können sie noch nichts sagen also hier peter pixel hat es getestet dass wir machen auch ein link zu dem video rein in die show notes die haben das getestet und haben aber keinen zugriff auf die raw bilder bekommen beziehungsweise serie also nur jpcs beziehungsweise die raw bilder sind halt gibt es noch nichts was kompatibel ist insofern also auch dynamik umfang und so weiter konnten sie damit nicht wirklich das wäre tatsächlich sehr sehr spannend ob also als laie würde ich jetzt ja sagen dass das auslesen nichts mit den sensorpixeln zu tun hat sondern mit der elektronik dahinter also auf dem nächsten layer und das sony ist jetzt nicht unbedingt bekannt für schlechte sensoren also hätte ich da erst mal vertrauen dass das im prinzip funktioniert also beim cmos funktioniert so da ist quasi wird zahlenweise wird das seriell ausgelesen also an jeder zeile ist quasi so ein ausleser dran der dann die ganze zeile so abruft und beim globalen hast du quasi hinter dem sensor und zweiten sensor also wo halt dann pro pixel eine speicherzelle ist und dann die möglichkeit alle pixel gleichzeitig in diese untere drunter liegende speicherzelle zu dampen und während dann der sensor weiter arbeitet die ist im hintergrund dann die kamera aus egal also ach ja 24 megapixel ist glaube ich bei der neuen standard und ja es war ein juicy announcement haben sie den preis angekündigt preis nicht ich kann auch mal gucken hier das war hier der artikel ich glaube preis nicht die waren da auf so einem event wo dann so leute in der sportarena irgendwie klar alles was schnell ist schnelle bewegungen gemacht haben und so mit also eine landschaft ist jetzt wahrscheinlich wenig beeindruckend mit dieser kamera also nicht weniger beeindruckend sein als mit jeder anderen kamera aber das ist halt das feature nicht also man weiß noch nicht zu viel über die kamera aber das ist auf jeden fall so der große aufhänger und alle reden drüber weil es ist das ist tatsächlich ein game changer oh ja ja lothar schreibt er ist gespannt ob da auch wieder die flackersuche drin ist also dieses anti flicker ist drin das findet quasi den peak in der helligkeit von leds und und leuchtstoffröhren sony ist nicht bekannt für äußerst tolle sucher also die elektronischen sucher ich habe da ja auch auf dem klostergeister mal in so eine sony reingeguckt und da werden dann also der elektronische sucher wird dann angegeben mit ganz ganz vielen mit was weiß ich neun millionen punkten oder sowas und dann denkst du das das muss ja ein ratten scharfes bild sein ach so und dann stellst du aber fest ja der hat schon auch neun millionen punkte aber nur für die foto wiedergabe also wenn du dir im sucher ein bild anschaust dann sieht das scharf aus das live bild sieht ganz schön krisselig aus und ist auch gar nicht mal so richtig scharf bis an die ecken weil das optische system was da drin ist also die die linsen optik die dich auf den elektronischen sucher gucken lässt gar nicht mal so scharf bis an die kanten ran ist wenn du so ein bisschen aus der achse raus guckst hast du sofort ein unscharfes bild da war ich relativ erschrocken für so eine kamera und das natürlich die frage ob sie das hier bei der a93 mal verbessern möchten tja tja michael schreibt noch die sony alpha rumors website zeigt shopseiten wo 6000 us dollar steht ist noch nicht offizie angekündigt ist aber jetzt auch nicht wäre würde mich auch nicht wundern ja dann wäre sie bei mir halt erst recht raus weil das ist die haben die haben ein alleinstellungsmerkmal jetzt im global shutter und das werden die das werden die melken wo es nur geht ganz klar zu recht völlig zu recht also das wäre ein hammer feature und wenn das mit dem mit dem blitz funktioniert wow ja da können sich die anderen mal anziehen es könnte natürlich bei nikon kommen weil nikon benutzt doch so die sensoren oder ist das nicht mehr so ich bin da nicht auf dem neuesten stand ich meine früher waren da ja sony sensoren drin also es würde mich nicht wundern wenn das mit ein bisschen verzögerung auch in nikons kommen könnte wahrscheinlich erst mal in die größeren teureren ja ich i don't know i don't know also canon guckt euch das gut an wenn das gut funktioniert dann macht das mal lasst euch ruhig noch ein bisschen zeit ich habe gerade eine neue kamerei ich gebe jetzt nicht schon wieder geld aus ja hättest du hättest du für den global shutter tatsächlich eine anwendung oder wäre das einfach nur nice to have also ich würde mich freuen wenn ich mit dem blitz nicht rumfummeln müsste oder mit irgendwelchen graufiltern rumfummeln müsste was ich in der realität dann nicht mache weil mir das zu fummelig ist aber wenn ich dann draußen den blitz aufbauen könnte bei sonne und könnte einfach mit der belichtungszeit runtergehen und dann einfach zwei drei blitze aufbauen und die abfeuern also ich würde mich freuen kai hat übrigens auch noch einen punkt die mutmaßen ob eventuell die dynamik umfang vom global shutter sensor nicht so dolle ist und deshalb nur und sie deshalb nur jpegs rauslassen könnte durchaus sein dass da noch irgendwo die ein oder überraschung ist werden wir sehen wir 24 werden wir sehen wir erhalten das auf jeden fall im auge also ich finde das sehr spannend apropos canon es gibt objektive ja es gibt objektive drei stück gleich ich habe sie hier mal in der reihenfolge gebracht in der spannenheit oder keine ahnung es gibt ein 24 bis 105 mm das ist ja das hier oben der klassiker die klassische brennweite hatte ich damals bei meiner eos 5d die mark 1 die kam quasi mit kit objektiv 24 105 allerdings seinerzeit mit blende 4 also durchgängig blende 4 als l objektiv und jetzt hat canon ein 24 105 vorgestellt mit offen blende 2.8 durchgängig das ist natürlich mal eine ansage und bevor ich jemand ein bisschen features runter bete gleich mal vorweg sie rufen 3600 euro dafür auf das also jetzt nicht unbedingt ein schnapper das war aber auch nicht zu erwarten andere kaufen dafür sich ein komplettes kamera kit aber natürlich ja also es war nicht zu erwarten dass es bei profis und zwar profis ja aber 36 fand ich jetzt schon auch eine ansage aber gut das ist jetzt jedenfalls ein objektiv was nicht nur für foto gemacht ist sondern eben auch einige features speziell für video mitbringend also da das ist gleich der große rundum schlag und im gegensatz zu dem bisherigen zu dem alten 24 105 f4 soll dieses 28 da jetzt wirklich scharf bis in die ecken sein nichts anderes würde ich auch bei dem preis erwarten und ich muss tatsächlich sagen diese neuen objektive für rf mount so wie auch dieses hier für rf ist die sind tatsächlich unglaublich gut also von der technischen qualität her dieses 24 105 hat auch einen innen zoom das heißt das gehäuse ändert seine länge nicht beim zoom auch das war früher bei dem f4 anders heißt natürlich auch das packmaß wird nicht geringer wenn man es auf den weitwinkel stellt außerdem ist dieses objektiv paar fokal gebaut das heißt wenn man einen schärfepunkt gewählt hat und man suchen dann rein oder raus dann bleibt der schärfepunkt auf der ebene wo man ihn vormals eingestellt hat auch das ist nicht durch ist nicht üblich bei objektiven da muss man schon naja das ist nicht üblich bei foto objektiven bei video objektiv ist das schon eine anforderung genau sie haben das aber hier offensichtlich nicht rein durch eine optische berechnung gelöst sondern mit elektronischer unterstützung das heißt der sie werden den fokus sanft nachfahren wenn du zoomst aber am ende des tages ist es dir ja auch egal wie es funktioniert hauptsache ist ja dass es funktioniert das heißt das pumpt dann auch nicht es pumpt auch nicht das haben sie ebenfalls kompensiert das heißt dass dieses auch was breathing nicht auch elektronische okay das ist dann auch auch computation in irgendeiner form ja ja also das ganz nett die blende ist stufenlos in anfangszeichen einstellbar zwischen den stufen gibt es 32 stufen also quasi stufen auch das eine video anforderung ist auch nur im video modus so wenn du im foto modus bist dann hast du halt die klassische blendensteuerung und im video modus kannst du stufenlos machen was halt für video sehr sehr angenehm also quasi stufenlos aber stufenlos genug dass du es nicht merkst ja genau und es gibt auch tatsächlich einen eigenen einen zusätzlichen ring für die fokus steuerung auch das halt eine anforderung für video weil man das da unter umständen fernsteuern möchte von außen eine blende mit elf lamellen das ist enorm so neun lamellen ist schon sehr sehr gut also je mehr lamellen desto runder halt das bokeh wenn du halt abblendet also das loch kleiner machst und hier haben wir elf lamellen das verspricht also bei jeder blenden stufe wirklich ein rundes bokeh zu geben bildstabilisator ist eingebaut bis fünfeinhalb stufen zusammen mit einem body also mit einem entsprechenden er body bis acht stufen ist das ist schon fast unfassbar ich würde es auch hier gerne mal live sehen wie sich das im tele bereich verhält aber es sind zahlen die inzwischen muss man schon sagen ja normal also da normal würde ich nicht sagen aber das das ist jetzt üblich das macht man jetzt so bei modernen objektiven und kamera bodies fünfeinhalb beziehungsweise acht klingt soweit also alles sehr sehr geil hat aber jetzt halt ein paar fußnoten zum beispiel das gewicht dieses objektiv 24 105 28 wiegt über 1,4 kilo 1430 gramm also sagen wir mal 1,4 kilo fast anderthalb hat knapp neun zentimeter durchmesser und ist etwa 20 zentimeter lang das ist schon eine ganz schöne tonne wenn man die irgendwie verstauen möchte in seiner fototasche und wir reden halt von 3600 euro und jetzt habe ich das ganze mal verglichen teures objektiv ist dann kannst du da auch noch so ein scherpa dazu kaufen oder so dann kommt es auch nicht mehr drauf an der hinter dir mit so einem zugwägelchen hinter der herrennt naja ich habe es mal verglichen und zwar habe ich ja seinerzeit in der mangelung eines anderen 28 das 24 bis 70 28 für rf gekauft also auch eine 2 8 der offenblende auch 24 weitwinkel aber eben nur bis 70 millimeter da fehlen halt ein paar millimeter am langen ende so wenn ich das jetzt mal zum vergleich daher nehme dann ist es mit 2500 euro über 1000 euro günstiger als dieses neue objektiv das 24 70 hat eine naheinstellgrenze von 21 bis 38 zentimetern also man kommt sehr nah ran ans motiv immer daran denken die naheinstellgrenze gilt vom sensor aus also man ist dann quasi mit der frontlinse sehr nah an seinem motiv dran wenn man das möchte bei dem neuen objektiv hier dem 24 105 da sind wir bei 45 zentimetern naheinstellgrenze also man muss weiter weg dann ist das 24 70 nur zwölfe und halb zentimeter lang im transportmaß es wird halt länger wenn man zoomt aber transportmaß ist halt zwölfe und halb zentimeter gegen 20 das ist ein unterschied und zwölfe und halb ist jetzt schon nicht super kompakt aber lässt sich halt wesentlich besser transportieren und es ist mit 900 gramm fast ein halbes kilo leichter oder sogar sehr genau ein halbes kilo leichter herr du hast du halt nicht die brennweite ne es fehlt halt der bereich von 70 bis halbe kilo ne du zahlst brennweite in kilo offenbar also diese diese 35 millimeter am langen ende die fehlen dann halt da muss man halt entscheiden also für euch so als entscheidungshilfe müsst ihr halt wirklich überlegen braucht ihr diesen bereich von 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 70 bis 105 oder habt ihr spezielle videoanforderungen das ist halt eigentlich ein videoobjektiv und das ja das ist halt dann wahrscheinlich doch eher zielt das auf produktionen die es ist ein entsprechendes budget haben ja also es soll noch jetzt im dezember 2023 verfügbar sein für 3600 euro und jetzt kommt noch zugehör dazu was man noch extra kaufen kann und da wird ganz klar dass hier sehr sehr stark video im fokus lag und zwar gibt es power zoom adapter den pz e2 und den pz e2b und das ist ein adapter der wird angepflanscht an das objektiv von außen auf diese ringe auf diese einstellringe und damit hast du dann einen motorisierten zoom wenn du das möchtest also kannst die zoom geschwindigkeit einstellen und solche geschichten machen was du halt eher dann wieder im bereich video brauchst und der e2b der hat auch noch eine buchse dran wo seine erweiterung so eine fernbedienung eingesteckt werden kann das ist proprietär von canon also das ist jetzt wirklich für video produktion wenn eine person die kamera steuert und eine andere person dann eben zoom und fokus und solche geschichten steuern will da habe ich jetzt keine expertise ich bin kein videograf ich weiß nicht was die dinger im einzelnen können aber guck dir den anbau hier ando ja das ist ein amtlicher anbau aber ist halt das ist profi werkzeug offensichtlich und diese power zoom adapter die liegen auch bei 1200 beziehungsweise 1600 euro also das ist wirklich für für video und film produktion gemacht das ganze würde ich sagen und dafür dann wahrscheinlich wieder echten schnappern die hier ist noch kommentar von lothar sagt das ist aber kein l objektiv l ist ein buchstabe ich glaube nicht dass das klar definiert ist was l ist und es hat einen roten ring also es ist damit automatisch besser ja der preis ist auch ein l preis ganz klar also sehr spannend es ist im grunde genommen ein beuteschema weil das ist eine brennweite die ich sehr sehr gemocht habe ich habe also früher sehr sehr viel mit dem 24 105 gearbeitet ist eine tolle allround brennweite und 28 war immer mein traum aber dieser traum ist bei mir mit so einem bläschen geplatzt als ich den preis gesehen habe und ich ja und du musst dafür in die muckibude das willst ja nicht den ganzen tag so mit ihm schleppen das ganze nicht machen und ich muss wirklich sagen ich bin extrem zufrieden mit dem 24 70 also alles gut gut ich bin jetzt nicht besonders traurig ich finde es trotzdem faszinierend das muss man schon sagen was wird denn noch so dann gibt es etwas das dann schon wieder eher so in mein beuteschema fällt aktuell und zwar gibt es das rf 200 bis 800 also ein super tele zoom das ist natürlich spannend ich hatte ja mal ein 600er getestet und da gibt es auch ein 800 millimeter hier mit diesen fernel lensen jetzt mit blende 11 und solchen geschichten hier haben wir jetzt ein zoom von 200 bis 800 das ist auch nicht besonders lichtstark aber gut wir haben jetzt sehr lange brennweiten und wir reden hier von der offenblende von 6.3 bis 9 also bei 800 millimeter haben wir offenblende 9 ist das weißer als die anderen bisher dass sie von dem farbton auf dem foto sieht dass die anderen nehmen sie immer so leicht beige aber das ist richtig weiß fast ja die neuen rfs sind auch ziemlich hell also das es ist aber tatsächlich auch kein l objektiv trotzdem weiß trotzdem wetter geschützt also das musst du auch machen weil ich sag mal so ein objektiv aufgeweicht das l gibt es halt nicht mehr oder also so ein objektiv brauchst du nun wirklich auch für wildlife und solche geschichten und wenn du dann nicht wenigstens irgendwie ein spritzwasser regenschutz oder irgendwie sowas hast dann brauchst du halt nicht mit auf den markt gehen also das hat es schon drin und es ist ein nano usm antrieb also für den autofokus und das ist neu das gab es also bisher außerhalb der l serie auch noch nicht das ist denn also nano usm also usm ultrasonic motor und und ein das kenne ich noch also nano ist einfach kleiner oder feiner was weiß der teufel ich baue die dinger ja nicht die will ich schon wissen jetzt was das bedeutet ja und hören tust du sie nicht mehr halt also die usm ja das summ hast du schon nachgehebt ich nicht nicht ich jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr aber damals habe ich das umfrage unter der hörerschaft hört ihr die usm motoren in den objektiven so da was pfeift da was quietscht da was also ich würde sagen alle unter 30 hören das vielleicht noch oder nur 25 aber dann auch nicht mehr was die mechanik und nicht der fokus jochen hört es nicht klare antwort naja also einige sachen die hier zum ersten mal außerhalb der l serie passieren also sehr spannend insofern ja 200 bis 800 mm der tubus fährt aus ist also kein innensum sondern die länge des objektivs ändert sich aber immer ehrlich bei 200 bis 800 und zwar ganz ordentlich guckt ja mal diesen ja diesen diesen pümpel an da ja aber erinnerst du dich noch an das 100 400 an die luftpumpe ja ich hatte das 35 bis 350 also das hat auch ordentlich die länge geändert war aber auch gut so weil du willst ja möglichst kleines packmaß haben und da war nicht noch drum um das 35 350 das war also ich finde das in ordnung stell dir vor dass wir in innen soomen und du hättest dann irgendwie für 800 mm die schleppst du dauernd irgendwie mit nahe das muss nicht sein kannst als stativbein benutzen als spazierstock als als hocker was hocker genau also ansatzmöglichkeiten um zum unterstellen ist natürlich auch mit drin wieder bis fünfeinhalb stufen zusammen mit dem body dann siebeneinhalb stufen keine acht keine ahnung was da jetzt der grund ist wahrscheinlich einfach die lange brennweite es ist hier jetzt wirklich wieder der punkt ich ich schimpfe ja immer auf die schlechten bild stabilisatoren ja in der canon und an der nikon ja auch im vollformat bereich beim tele und hier haben wir jetzt wirklich bis 800 millimeter ich muss das einfach mal live sehen also sollte sich das jemand in meiner nähe mal anschaffen sagt mal bescheid dann machen wir irgendwo ein treffen auf einem burger irgendwo und dann lass uns mal ein paar fotos machen und burger fotografie mit ja oder pizza oder keine ahnung wir finden schon irgendwas ich gebe auch aus und dann lass mich damit mal fotografieren ich will das gerne mal sehen spannend ist das objektiv ist tatsächlich so design dass es mit den extendern kompatibel ist also dem ein 1,4 fach und den zweifach extender kannst du dran klemmen das war ja immer das problem mit der rücklinse dass die zu weit raus dass sie zu weit raus guckt haben sie hier dran gedacht kannst du beides benutzen und dann hast du natürlich schon also mit dem zweifach extender reden wir hier über 400 bis 1600 klar wenn du jetzt ein zweifach extender dran machst dann bist du bei einer offenblende von f18 am langen ende das würde ich jetzt nicht mehr als offenblende bezeichnen aber so ist es halt aber auch hier kann es ja richtig schön groß den den mond schon fast bildfüllend hinkriegen ja definitiv 1600 ja ja naja mit 2000 ist er bildfüllend auf dem vom auf dem volk aber 1600 reicht noch nicht ganz nicht ganz nicht ganz ja es ist gut genug f18 dann eben offenblende mit dem zweifach extender aber der autofokus an den an den air bodies soll tatsächlich oder auch hier im zusammenhang mit diesem objektiv soll bis f 22 funktionieren also selbst da ist nach autofokus möglich und du hast in den kameras heute iso was weiß ich wie hoch also das sollte nicht das problem na einstellgrenze liegt bei 80 zentimetern wenn du bei 200 millimetern bist das ist ganz ordentlich ja und blende 6 3 bis 9 ist natürlich eine spannende entscheidung habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht ist jetzt ja nicht so wahnsinnig lichtstark hätte man da nicht ein bisschen mehr geben können aber wir reden über 200 bis 800 millimeter und das objektiv jetzt kommt schon mit zwei kilo gewicht also das ist jetzt nicht leicht es hat ein packmaß von einunddreißig ein halb zentimetern also selbst eingefahren ist es relativ lang so etwas länger als ein schulineal oder wahrscheinlich ziemlich genau das schulineal wenn man das was links und rechts von der skala noch dabei ist mit rechnet das hier ist moment das ist 60 das ist dann doch noch ein bisschen aber es passt ja nicht ins bild also das ist und es hat kannst filter vorne drauf schrauben es hat also vorne filter gewinde von 95 millimetern wenn die überhaupt hergestellt ich müsste direkt mal auf die suche gehen also wenn du jetzt ein graufilter suchst oder ein verlauffilter oder irgendwas was da also da musste schon amtliche scheiben davor klemmen dann ja also wenn man es denn braucht wahrscheinlich benutzt es keiner mit filtern und wenn ich mir jetzt vorstelle man hätte das jetzt einen tacken lichtstärker gemacht so dass es bei 800 jetzt vielleicht also bei 800 millimeter vielleicht bei 6 3 wäre oder sowas dann wären wir wahrscheinlich schon schlagartig irgendwie bei vier kilo oder irgendwas gewesen da hätte sie irgendwelche monströsen objektive da gehabt also insofern ist das wahrscheinlich einfach eine abwägung bei canon gewesen ein händelbares super telesum zu machen statt jetzt irgend so eine so eine wuchtbrumme wie sie ja auch im programm sind also kriegst auch ein 600er oder 800er und das sind ja dinger die kannst du nur noch mit dem einbeinen stativ irgendwie sinnvoll benutzen sowas sollte es halt nicht werden spannend finde ich jetzt hier für dieses ding den preis der liegt bei zweieinhalb tausend euro schon zum nächsten zweieinhalb tausend ja ich weiß zweieinhalb tausend euro das ist für die neuen objektive die rf objektive schon fast normaler preis so ich hätte jetzt gedacht dass das tele teurer wird ab dezember 2023 wird man es erwerben können dann bin ich mal auf die ersten berichte gespannt so und jetzt aber jetzt kommt dein objektiv es gibt nämlich noch ein weitwinkel suchen das ist vorgestellt worden 10 bis 18 mm aber chris für rfs also für ap sc sind es nicht für vollformat rfs 10 bis 18 mm blende 4 5 bis 6 3 also auch keine durchgehende blende das jetzt wirklich ein einfacheres objektiv hat hat ein bildstabilisator bis vier stufen bis sechs mit body aber stabi das ist doch schon mal was ist in diesem winzigen kleinen ding ist ein stabi eingebaut ich glaube kann man baut nichts mehr ohne stabi habe ich so den eindruck es wiegt trotzdem nur 150 gramm trotz stabi mit drin und einem pipapo die zielgruppe sollen wohl auch vlogger sein also eben um weites sichtfeld zu haben am ausgestreckten arm oder am also 10 schreibt der stich davor 10 an ap sc sind 16 16 das ist schon bei 16 bis 35 das ist schon weit ja nicht nicht ganz wie viel ist das 16 bis 28 oder so rechne mal 18 mal 1,6 was haben wir da 18 mal 1 ich bin ja kopf rechnen 6 28 naja also 16 bis 28 äquivalent ja locker klar das wieg kaum was das kannst du und 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 stabilisiert das kannst du 150 gramm stabilisiert das ist schon geil also wenn die wie gut ist der stabi das ist nämlich die frage ja bis vier stufen mit body sechs stufen das wird schon passen ist weitwinkel hallo also was willst du groß stabilisieren 400 euro roundabout etwas drunter auch ab dezember 2023 schnuckeliges kleines teil kann man schon sagen also ap sc wäre jetzt hier eine kanon r10 ist es zum beispiel hat das wäre ein schnuckeliges ding dafür ja sehr schön das doch schon was ja also drei schöne objektive muss ich schon sagen kanon gibt da in der richtung schon eine menge finde ich gut 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 so ich habe mit lea gesprochen mit also lea ist mitgründerin und mitbetreiberin von chaos.social von der mastodon instanz und fotografiert und ist so im chaos umfeld und ich habe ich habe sie schon mal irgendwo wahrgenommen vorher über vrind foto da machen wir immer die bilder schau da sind auch immer wieder mal bilder von ihr reingekommen und im sommer war das chaos communication camp war ja früher immer wieder mal auf dem kongress zusammen und der jährlich eigentlich stattfindet aber dieses camp findet alle vier jahre statt und ist dann im ziegeleipark in mildenberg und es ist eine riesen veranstaltung auch da reden wir von irgendwie 5000 oder mehr leuten die da für mehrere tage campen da reden wir von riesen aufwand das vorzubereiten und und dann reden natürlich auch von solchen sachen wie challenges bei der fotografie weil das ist challenging wenn du da in einem umfeld bist wo zum beispiel privacy sehr hoch gehalten wird oh ja und und vor allem wo auch viel nachts passiert weil es ist halt doch eine eine nacht aktive community kann man sagen und das habe ich mich eine halbe stunde mit ihr unterhalten und wir spielen da jetzt mal kurz einen kleinen ausschnitt von an und das komplette interview die ersten 28 minuten den rest hört ihr dann nein ich spiele jetzt mal kurz ein paar minuten an und das komplette ding hängen wir hinten dran an diese sendung auf die seite quasi b seite müsste den podcast umdrehen ganz hinten nach der outro kommt dann das komplette gespräch und hier ist ein kleines ein kleines versuche ich glaube am besten kann man es beschreiben wie eine ganz ganz große kirmes aus blinkt alles es leuchtet alles sind unfassbar viele leute auch zum einen möchte ich möglichst viel dokumentieren und auch zeigen was leute vielleicht gar nicht gesehen haben weil das ist jedes mal nachdem ich ein event fotografiert habe so dass leute zu mir kommen und sagen ich habe da mindestens zehn sachen gesehen die habe ich auf dem event überhaupt nicht entdeckt ja und das ist natürlich auch immer eine herausforderung genauso eben auch was mir ganz wichtig ist die stimmung die es gab immer ein bisschen rüber zu bringen was aber auch immer ein bisschen herausforderung ist schon das sind so ein sehr starker kontrast zwischen den zwei tageszeiten tagsüber ist das camp da schlafen viele noch je nach temperaturen also wenn es dann irgendwie 30 grad hat dann wird es auch in den zelten irgendwann echt unangenehm gab es eine offizielle photo policy es gibt eine offizielle photo policy die heißt im großen ganzen fotografieren nur menschen wenn sie dir vorher und das ist der entscheidende punkt vorher zugestimmt haben und das macht es echt schwierig manchmal weil damit halt situationen auch einfach zum teil leider kaputt gehen die man gerne fotografieren würde die eben authentischer wirken und nicht so gestellt lass uns mal kurz über die technik reden weil das oder die technischen herausforderungen weil die die spannenden fotos sind ja bei nacht 99 prozent der lichter sind leds und die sind dann teilweise doch sehr kräftig in einzelnen farben und so hell aber auch aber auch so farbrein blau ist das problem weil blau reißt dann fast immer irgendwo aus dem farbraum raus also da sie bei dem bild sieht man es jetzt auch hier bei diesem schild zum beispiel dass die eigentlichen lichtflächen ins weiß heraus reißen und du dann nur durch die umgebenden dunkleren bereiche dann irgendwie kontext und farbe reinkriegst und nach machen sind nahezu alle bilder 30 sekunden 20 bis 30 sekunden langzeitbelichtung also du bist da mit dem stativ umgerannt was so eine kamera das war eine fuji film xt 5 da sieht man mich auch genau ganz schön die herausforderung ein total tolles kunstwerk aber diese lichtstrahlen haben sich permanent bewegt wenn ich jetzt davon aber 30 sekunden belichtung mach da hast du nicht dass ich das war genau dann habe ich eine diffuse farbe und dann sieht das bild nach nichts mehr aus ach ja genau bist du das ist das ein selbst porträt du hast der weste an eine grüne warnweste mit dem großen kamera symbol drauf war war das der standard für leute die fotografieren wollte hast du selber einfach so eingekleidet nein das war eine idee die mir vorher kam man hat mich dann auch sofort erkannt habe da noch viel positives feedback dafür bekommen dass das mit den westen ist und so weiter und was wirklich praktisch war woran ich gar nicht gedacht habe zum beispiel in der situation stand ich im nebel im dunklen mit meinem stativ ewig lange mitten im weg und die waren besser super geholfen damit mich die leute diesmal nicht umgerannt haben wie sie sonst gerne machen und dann dazu noch diese komische lichtgeschichte mit diesen farben das sieht fast aus als ob sie irgendwie auf dem sensor irgendwelche diffraktionseffekte gegeben hätte oder so hier sieht man jetzt zum beispiel auch so eine lichtinstallation die unfassbar hell war challenges sind eben wie gesagt auch selbst bei den langzeitbelichtungen wird es immer schwieriger je mehr leute da waren also viele bilder sind zum beispiel noch von tag minus eins und tag null also bevor das event richtig losgegangen ist weil da einfach weniger leute unterwegs waren und ich da noch ein bisschen freier fotografieren konnte ja cool das war der teaser am ende der sendung wie gesagt das gespräch wer sich das volle interview anhören möchte das ist mit sicherheit auch interessant aber ich würde hier tatsächlich empfehlen klickt euch das video an weil chris hat ja ganz ganz viele videos dann von von ihr gezeigt das ist sehr sehr beeindruckend also von von reportage über sehr sehr kunstvolle und aufwändige fotografie und hat challenge das ja ist so das thema so ein bisschen dass das ist nicht leicht und ich erscheint euch ja dann im interview auch viel auf konkrete bilder und fallbeispiel haben immer wieder über einzelne bilder gesprochen da empfehle ich tatsächlich mal dann dies das video sich reinzuziehen genau am ende der sendung so zurück zu den news wir haben noch wir haben noch was haben wir da noch ach ja genau gibt ein update final cut pro ist jetzt mehr video aber na gut das update ist ja hat so ein paar verbesserungen drin ich habe sie noch gar nicht wirklich ausgetestet irgendwie bessere timeline navigation auf der mac version andere bisschen verbessere organisation schnellere exportgeschwindigkeit auf bestimmten mac os versionen und vor allem auf geräten mit apple silicon aber da auch nur auf dem m1 max m1 ultra m2 max m2 ultra m3 max also den den normalen m2 den ich hier drin habe der profitiert dann nicht davon was wohl interessanter ist es auf dem ipad da kommen nämlich dann auch noch mal neue features dazu verbesserungen dass das touch der touch nutzung und verbesserung der voiceover aufnahmen und und so weiter das ist ich glaube updates sind auch noch mal geschwindigkeitsverbesserungen was das exportieren von h 264 und h evc oder auch h 265 nennt man es angeht ja ich weiß nicht also es ist glaube ich für angenehm mal wieder ein update zu kriegen ich sag mal das einzige was mich so ein bisschen nervt ist es halt immer noch nicht feature parity zwischen mac und ipad da ist immer noch eine ordentliche lücke also insofern ich werde ich jetzt weiter auf dem laptop benutzen ja und ich habe vor allen dingen die hoffnung dass sie die lücke auf dem ipad aufholen werden und nicht den weg gehen den sie bei works gemacht haben dass sie den feature umfang von der desktop version beschneiden mit dem feature parity da ist das wäre ziemlich doof weil ich benutze final cut eigentlich ganz gerne ein letzter zweiter zwar nicht mehr so oft aber man kommt da schon ganz gut mit klar ja gut nächstes bit of news da wir haben erstmal muss ich mal ein bisschen stutzen es gibt eine neue phase one die phase one p5 mittelformat ich zeig sie dir mal die sie doch schnuckelig aus oder zeigst mir ein bild das ist eine schwarze kamera vor schwarzem grund das sieht aus wie eine kleine röhre an einem kleinen quadratischen kasten dran was ist das was ja also ich dachte so phase wonder mittelformat zeug und ganz groß und so haben wir reden hier von 128 megapixel kamera also sehr hochauflösend die relativ hochauflösend ja die relativ nennen wir eine die höhe auflöst und die nicht im weltteil rumschwirrt die für den einsatz mit drohnen konzipiert ist okay genau wiegt aber trotzdem also ist natürlich keine leichte kamera die wiegt unter unter 700 gramm also das ist jetzt nicht so ein 100 gramm ding was man sich unter die drohne hängt dass man braucht eine ordentliche drohne dafür kein 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 spielzeug und das ist zusammen konzipiert mit der firma konnten systems und ist für deren drohne trinity pro konzipiert hat er so was ist das denn jetzt für ein ding diese trinity pro ist eine drohne die gar nicht so für für kino und so zeug gemacht ist sondern für vermessung also wir reden von luftbildaufnahme und diese drohne ist auch keine drohne wie wir sie uns vorstellen hier mit vier rotoren sondern das ist quasi ein flugzeug ja aber mit 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 kippbaren propeller das ding hat an der schwanzflosse hinten und an den tragflächen quasi drehbare rotoren die kann also aus dem stand starten und landen aber kann dann in einen gleitflug übergehen vorwärts was er nicht spannend ist was sehr energiesparend ist und da kriegst halt auch andere geschwindigkeiten hin und so weiter und das ding ist gemacht um ja ganz ganz offizielle vermessungsarbeiten zu machen also auch industriebereich das ist also keine consumer kamera das ist eine industriekamera die mit dieser drohne zusammen dann irgendwie ja also dass der diese diese p5 die wird dann somit so kalibrierungs zertifikaten ausgeliefert also die ist dann auch so präzise dass die dann da richtig funktioniert und mapping vermessung und so weiter es geht um präzision bei dem ding das ist oder das stichwort sensor wie gesagt 128 pixel rgb ein cmos sensor ist drin ein electronic global shutter steht hier weiß es nicht wie das mit dem thema zusammen geht aber wahrscheinlich geht das auflösung wie gesagt 128 das entspricht 13.500 mal neuneinhalb tausend pixeln und pixel größe sind 3,4 oder 3,45 mü das ist im vergleich zu einer spiegelreflex die dann irgendwo eher so bei fünf bis sechs mü liegt ist ein bisschen kleiner aber gut so 200 bis 6400 gute weiter rauschen wird jetzt nicht das problem bei der aufgabe sein das machst du bei tageslicht weiß ich nicht weiß ich nicht was da was dafür verwendet wird maximale shutter speed immerhin sechzehntausendstel und framerate maximal vier frames pro sekunde also dies im vergleich zur sony ist die dann doch eher langsam ist was anderes hat natürlich mehr pixel ich meine die musste auch erst mal irgendwo ausgelesen haben bevor das nächste bild machst ja ja spannend ja aber gut das ding wiegt das kommt mit zwei objektiven das kommt einmal mit einem 35 millimeter da wiegt dann das ganze paket irgendwie so um die 700 gramm oder mit 80 millimeter da wiegt irgendwie um die 670 gramm und ja wie gesagt vermessungskamera 128 megapixel dieses ganze vermessungsthema aus der luft mit fotogrammetrie und ähnlichem das ist sowieso extrem geil also wenn der firma wo ich arbeite da haben wir ja auch CAD system also CAD systeme an denen wir programmieren also eigene erweiterung machen um dann aufmaße zu machen für garten landschaftsbaugeschichten und da hat er auch mal ein kollege schon ein paar jahre her mal vorgestellt was da mit diesen punkte wolken möglich ist die eben über drohnen aufnahmen gemacht werden da werden halt viele viele fotos gemacht die werden dann eben software technisch verrechnet das passiert in der regel bei anbietern die darauf spezialisiert sind in der cloud das heißt da lädt man die bilder hoch und kriegt eine punkte wolke zurück und diese punkte wolke heißt halt dass quasi ein gigapixel panorama gemacht wird aus allen aufnahmen von der gesamten baustelle oder des gesamten areals und jedem pixel wird dann aber auch ein im dreidimensionalen raum ein punkt zugeordnet das heißt du hast ein 3d panorama wenn du so willst und das ist extrem faszinierend und die herausforderung für die software dann eben auch wieder auf unserer seite ist eben mit diesen millionen und milliarden von punkten umzugehen weil die kannst du nicht alle gleichzeitig darstellen und das brauchst du auch nicht weil wenn du rausgezoomt bist dann brauchst du nur eine handvoll pixel um das ganze bild zu sehen und wenn du ranzoomst brauchst du nur den ausschnitt den du halt jeweils siehst und wenn du ganz nah ran gehst dann willst du ja auch eine mesh haben also ein gitternetz haben um dann eben aushub und hügelgrößen und so weiter berechnen zu können das ist dann die herausforderung das ganze schnell zu machen und da haben meine kolleginnen wohl ganz gute möglichkeiten gefunden und das fand ich schon sehr faszinierend und als er mir das vorgestellt hatte mal auf einer hausinternen messe die wir hatten da war ich völlig begeistert habe ich nur noch ausgequetscht und wirklich ein paar wochen später war das plötzlich auf zdf neo gab es dann dokumentationen wie eben mit fotogrammetrie pyramide vermessen wurden und so weiter und so fort fotogrammetrie wird jetzt dann langsam abgelöst durch jetzt mal in das ja nee nee durch durch die nerves die neuro radiance ja da hatten wir auch schon hier einige themen und ganz heißes thema an der stelle gauzian splatting das gaussche splatting keine ahnung wie man das über was machen sie da ist ein neues verfahren zum thema 3d und vermessung und so weiter das ist faszinierend also auch kein ki verfahren das gauzian splatting ist ein ist ein traditionelles verfahren und das ist richtig gut also wirklich gut egal ist und was du für details siehst durch diese durch diese fotogrammetrie wurde mit menschlichen augen schwierigkeit hast das zu erkennen weil du plötzlich dreidimensional dinge verstärken also überhöhen kannst und dann eben dinge erkennen kannst du sonst nicht also es ist es ist faszinierend dieses ganze thema ja schön gut was auch schön ist ich bin komplett anderes thema ich bin kürzlich über ein video gestolpert was die welt des professionellen fotografen zeigt und zwar im jahre 1946 und es ist faszinierend weil zu einer zeit wo wo ja das einfach noch so dermaßen die fuß war für die leute was macht denn so ein mensch mit der kamera und da wird so ein bisschen sondern so ein überblick gezeigt von reportern über wissenschaft über einordnungen über dokumentation über porträts über naja was man hat so alles tut natürlich alles analog und entwickeln und so weiter also fotografie als karriere quasi industrie fotografie oder irgendwelche dokumentation natürlich fotografie im sinne von auch film also hollywood und co das wird ja auch ein fotothema und retusche und was weiß ich alles also es ist total faszinierend da mal rein zu gucken in dieses video was damals so die fotografie war und wie die sich halt auch verändert hat mit der zeit also tolles klingen muss ich muss ich mal in die schon zu packen hat mir sehr viel spaß gemacht wurde das jetzt gerade erzählt hast muss ich an einen alten colambo film denken wo es auch darum geht um fotos die halt gemacht wurden mit einem sofort bildkamera weil derjenige der den mord begangen hat halt ein fotograf ist und da gibt es auch eine szene wo colambo dann am fotogeschäft drin ist und sich dann sachen erklären lässt und dann sieht er halt im hintergrund so eine werbeanzeige mit einem porträt und daneben ist halt das negativ dann halt gespiegelt und farbverkehrt also schwarz weiß und dann sagt er ja und was ist denn das hier das sieht ja anders aus und dann erklärt er ja das ist das negativ was da schwarz ist ist halt hier weiß oder was da hell ist ist dann da dunkel ach das ist ja faszinierend und aus unserer heutigen perspektive mit unserem wissen denkst du keule jetzt echt jetzt aber ich glaube vielleicht war das früher wirklich so dass so dem normalen zuschauer der normalen zu klaren das nicht so klar war und dann hat man es halt mit einfachen worten noch mal erklärt das ist heute den meisten leuten immer noch nicht klar wie das funktioniert das ist das ist magie für viele ganz klar ja ist es ja auch aber man versucht es halt mal mit einfachen worten zu erklären und das meine dass das magie ist ist doch unbestritten genau wie das was wir hier also hier mit live video und ton ist alles nur noch kai hier das das kann ja nicht echt sein ist alles nur noch kai hier herrlich so wir haben noch ein paar termine der jürgen war mal wieder fleißig und hat uns hier termine überlassen zum verlesen auf dem podcast und zwar in der kreisgalerie messkirch das ist ja direkt bei inzighofen da um die ecke für alle die da mal die sich da auskennen vom 12.11. bis zum 1.3. gibt es eine ausstellung sehenswürdig sehenswürdig heißt sie historische postkarten im dialog mit zeitgenössischer dokumentar dokumentar fotografie noch heute wird süddeutschland meist als ländliches idyll verklärt dargestellt dieses idyll existiert bei genauer betrachtung aber schon lange nicht mehr bis auf inzighofen wenn es überhaupt hier existiert hat werbekampagnen wie die aktuelle landeskampagne the land bedienen und erhalten deshalb fragwürdige teils unsinnige naive und überkommene wert und denkmuster die ausstellung setzt dazu einen gegenentwurf wie gesagt kreisgalerie in messkirch dann haben wir vom 14 10 bis zum 28 1 die fotoszene human nature analoge fotografien von andreas dietz im alle sprachprobleme im atelier und galeriehaus defed galerie in nürnberg und der titel der fotoausstellung human nature bezieht sich auf die gezeigten motive oft gesehen oder tatsächlich überraschend präsentiert sich die analogen fotos von andreas dietz als persönliche kartografie seiner eigenen weltöffnungszeiten von samstags und sonntags von 14 bis 17 uhr wie gesagt 14 10 bis 28 der erste und last but not least hat uns der peter noch einen termin gegeben und zwar im museum brandhorst in münchen vom 19 10 bis zum 7 4 nächstes jahr this is me this is you the eva felton fotosammlung mit ihrer großzügigen schenkung bereichert die münchner sammlerin eva eva felton eva felton eva felton heißt sie den bestand des museums brandhorst um weit über 400 werke von mehr als 140 künstlerinnen von den 1930 jahren bis zur unmittelbaren gegenwart ikonische wie ergreifende fotografische arbeiten von diane abus isaac julian latoya ruby frazer fügen sich dabei wie ein fehlendes puzzleteil in den sammlungsbestand des museums 19.10 bis 7.4 im museum brandhorst in münchen und solltet ihr termine haben und sie uns und allen die hier zuschauen teilen wollen das ist der falsche knopf so dann bekommt ihr auf happy shooting.de kalender dazu die möglichkeit oder könnt ihr termine finden die wir in der sendung hatten und ihr könnt natürlich auch termine eintragen damit andere menschen auch was davon haben happy shooting.de kalender dankeschön ja wunderbar ja aufgabe läuft natürlich die aktuelle aufgabe tradition die läuft jetzt noch bis zum 28 11 also 28 november bis dahin könnt ihr ein neues foto zum thema tradition machen bei flickr hochladen in die happy shooting gruppe stellen und den tag hs november alles zusammengeschrieben hs november daran hängen und dann gibt es eine eine jury die ein gewinnerbild ermittelt und zwei weitere preise werden wir wieder wie gewohnt erwürfeln und die nuss aufgabe die abgelaufen ist irgendwann letztes jahr schon ein paar wochen die wie eingangs von chris schon erwähnt das holen wir nach meine ist ist nicht vergessen auch da wird es einen tollen preis geben und natürlich zwei weitere preise die wir würfeln werden ja und damit noch mal kurzer hinweis nach der outro noch das gespräch mit lea wir wünschen euch was macht's gut bis zum nächsten mal drei drei zwei eins happy shooting was ist das um das um kassetten umdrehgeräusch das ist das kassetten umdrehgeräusch so zu gast jetzt lea lea kenne ich aus zwei kontexten das eine ist dass sie gemeinsam mit rix dass die mastodon instanz ich fange noch mal an die mastodon instanz chaos.social betreibt da haben moni und ich auch schon ich glaube 2017 in der heimat gefunden also da dafür schon mal ein vielen dank und so das ist das ist eine coole ecke vom internet ja und dann über über deine einreichungen bei rind foto da bist du auch diverse male aufgetaucht und dann dachte ich nachdem da kürzlich so ein ganzer also so eine ganze lawine an bildern plötzlich aufgetaucht ist dann müssen wir mal drüber reden weil das irgendwie in dem kontext steht der mich ja auch interessiert wir reden von von lea wir reden mit lea und über ihre bilder vom chaos communication camp 23 habe ich dich halbwegs ordentlich vorgestellt okay gut ja gut es war es war chaos communication camp ich persönlich war noch nie auf dem camp ich beobachte das immer noch so ein bisschen neidisch aus der ferne und bin aber dann dem ccc insoweit affin dass dass ich da mitglied bin und dass ich mit moni auch schon auf die diversen kongressen waren da haben wir hier in der sendung habe ich da auch schon mal öfter drüber geredet und ja jetzt ist dieses camp maxim also zwei drei worte über das camp verlieren es ist schwierig zu beschreiben tatsächlich war ich dieses jahr auch das erste mal auf dem camp camp nicht so meins ist eigentlich aber ich dachte mir jetzt muss ich mal die gelegenheit nutzen das ist ja nur alle vier jahre und mal hingehen und es mal angucken und ein bisschen fotografieren dann auch und es ist ich glaube am besten kann man es beschreiben wie eine ganz ganz große kirmes so sieht es auch ungefähr aus so sieht es auf den fotos auch aus ja genau es blinkt alles es leuchtet alles sind unfassbar viele leute auch und es ist schon cool das muss man sagen man muss kämpfen mögen die generatoren sind auch gerne mal ein bisschen lauter je nachdem wo man zeltet was was wirklich so wie man wie man es jetzt auch so auf mastodon gelesen hat das ist einfach rund um die uhr auch ein bisschen anstrengend war zum teil ja also ich muss schon energie mitbringen sage ich mal um das auszuhalten das ist der schlaf ist nicht ganz so gut ich glaube der unterschied zum zum kongress ist das beim kongress da kannst du dann irgendwann sagen so mir reicht es jetzt ich gehe ins hotel und dort bist du halt die ganze zeit immer auf diesem camp vielleicht mal in der ecke die ein bisschen leiser ist aber so richtig ist das glaube ich ja es gibt ein bisschen ruhigere ecken aber so wirklich dem lärm von den generatoren und den leuten im kommt man dann doch nicht trotzdem habe ich wirklich fieses brummen dass man selbst durch die europa noch gut durchhört frequenzen im ganzen körper trotzdem trotzdem habe ich habe ich auch ganz viel positives gehört also der event muss halt chaos typisch sehr sehr bunt gewesen sein sehr also bunt auch in jeder hinsicht nicht nur in visueller hinsicht sehr ja sehr sehr nerd freundlich würde ich sagen ja natürlich also man muss sagen auf der quasi grünen wiese vom zickleipark in mildenberg wo das diesmal wieder stattgefunden hat ist eigentlich keine nicht viel infrastruktur das wird alles zum teil monate vorher das ist der der leuten aufgebaut dass der wahnsinn dran dass daher also elektrische infrastruktur natürlich die netzwerk infrastruktur das wird wahrscheinlich chaos typisch wieder mit irgendwie vielen gigabit angebunden gewesen sein irgendwo eine glasfaser durch den durch die wiese gelegt das ding findet alle vier jahre nur statt es sind so wenn ich es richtig gelesen habe so circa 5000 leute da also das ist eine ordentliche veranstaltung und hat so eine eigene welt genau das ist halt auch wirklich das muss man sagen unterm strich dann auch es ist etwas so viel arbeit für alle beteiligten auch dass man das eben nur alle vier jahre umsetzen kann weil sonst würde man das überhaupt nicht schaffen also die teams großen dank nochmal an der stelle an die arbeiten da zum teil wirklich ein zwei monate vorher bis ein monat nachher fast das abgefahren das ist schon sehr erheblich und das alles ehrenamtlich ohne wirkliche bezahlung das ist man eben auch das ist wieder das dieses dieses chaos typische engel system was ich vom vom kongress her kenne wo sich einfach unglaublich viele leute da freiwillig engagieren reinhängen und diese diese ganz explizit nicht kommerzielle veranstaltung dann auch zu so was machen also jeder jeder hat so das gefühl das ist meins und da bin ich auch mitverantwortlich das ist die meisten du hast da fotografiert und dann kamen so vereinzelt bilder raus ich habe das wie gesagt hier aus der ferne mit beobachtet unter den entsprechenden hashtags und dann kam mir so ein vereinzelbilder raus und dann irgendwann kurz danach kam der dump 272 fotos ich mache die mal hier auf dem bildschirm sind auf flickr alle verfügbar deine fotos sind sonst auch sehr viele fotos aber ich habe jetzt auch mal deine genommen weil weil die doch irgendwo noch mal was haben finde ich und danke ja schon und aber da wollen wir jetzt mal kurz drüber reden also ich gehe jetzt aber ich lasse mal ich lasse da mal neben hier einfach so ein bisschen bilder laufen da sind so also meine mein eindruck ist ja das sind natürlich sehr viele details drauf also du hast ja eine menge an auch kleinzeug rausgepickt und ja natürlich so ich sag mal so dokumentarische bilder wobei die alle irgendwie kompositorisch auch solide sind das ist so das ist so dieses du kannst schnappschüsse machen oder du kannst schnappschüsse machen und da gibt es einen unterschied genau da sind diverse kunstwerke abgelichtet und projekte und so weiter hier diese 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 zwerge da diese diese messzwerge oder wie sie geheißen haben die idee ist halt auch einfach immer ein bisschen zum einen möchte ich möglichst viel dokumentieren und auch zeigen was leute vielleicht gar nicht gesehen haben weil es ist jedes mal nachdem ich ein event fotografiert habe so dass leute zu mir kommen und sagen ich habe da mindestens zehn sachen gesehen die habe ich auf dem event überhaupt nicht entdeckt ja und das ist natürlich auch immer eine herausforderung genauso eben auch was mir ganz wichtig ist die stimmung die es gab immer ein bisschen rüberzubringen was aber auch immer ein bisschen herausforderung ja da also also wir sehen kunstwerke wir sehen jetzt halt so diese naja so diese dieser dualismus zwischen dem dem tag und da sieht alles sehr sehr leer aus das hast du wahrscheinlich auch bewusst so gezeigt und dann halt dann irgendwann taucht es so in die nacht rüber und da ist dann ccc typisch viel buntes licht und blinke und gemache und getue da ist schon da ist schon da ist schon so ein sehr starker kontrast zwischen den zwei tageszeiten ja auf jeden fall also man muss immer sagen tagsüber ist das camp da schlafen viele noch je nach temperaturen also wenn es dann irgendwie 30 grad hat dann wird es auch in den zelten irgendwann echt unangenehm dann sammeln sich alle unter den paar bäumen die es gibt im schatten und nachts geht es dann wirklich richtig los das ist ja komisch dass das alles nachttiere sind kann ich gar nicht nachvollziehen wie du schon sagt dass die tagbilder und auch viele bilder von nachts nachts sieht man so immer mal wieder ein paar schemenhafte menschen aber tagsüber sieht man wirklich fast niemanden und das liegt tatsächlich an der foto policy des events genau das ist ja das ist ja das ding was auch ja was offenbar nicht alle verstehen oder viele nicht richtig verstehen also privacy das ist ein thema was auf jeden fall was natürlich im chaos umfeld im hacker umfeld ein ganz zentrales ist da geht es da geht es um daten aber eben auch um abbild einer person und erzähl mal ein bisschen über die foto policy gab es eine offizielle foto policy es gibt eine offizielle foto policy die heißt im großen ganzen fotografieren nur menschen wenn sie dir vorher und das ist der entscheidende punkt vorher zugestimmt haben und gerade hat mein bildschirm sich gelockt bisschen nervig auf jeden fall genau also mit konsent nur mit konsent und zwar vorher eben das macht es echt schwierig manchmal weil damit halt situation noch einfach zum teil leider kaputt gehen die man gerne fotografieren würde die ihm authentischer wirken und nicht so gestellt die klassischen street situationen wo du halt aus der situation raus irgendwas interessantes finden ist was du dann die fallen im weg wenn die person weiß dass sie fotografiert wird kann das schwierig werden ja genau ansonsten gibt es immer noch die regel jetzt nicht direkt zu der foto policy gehört hat dass man auf dem gelände keine drohnen fliegen lassen darf das war generell verboten und ansonsten war es das eigentlich schon die regeln sind relativ einfach aber eben auch um so ein event zu fotografieren und dann auch die stimmung überzubringen durchaus herausfordernd ist soweit weil der event der eigentlich sich auch ganz gut das stück weit durch die menschen definiert genau genau man muss aber auch dazu sagen es gibt andere chaos events die haben inzwischen eine etwas lockere foto policy also zum beispiel gulasch programmiernacht in karlsruhe da ist es grundsätzlich erlaubt das liegt auch ein bisschen an der location weil das ist dort in der kunsthochschule die kann man nicht einfach komplett sperren und die regeln dann ändern dementsprechend ist es dort erlaubt es gibt in der regel dann sag ich mal orte wo fotografieren nicht erwünscht das sind explizit verboten ist aber ansonsten ok da ist es dann durch 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 die geografie geregelt also dann gibt es sind sind die dann gekennzeichnet oder wissen die leute das einfach das ist gekennzeichnet ok da hängen dann meistens schilder dran das ist ein bisschen abgedeckt dass man da fotografieren darf das heißt aber den leuten wird vorher schon ganz klar kommuniziert ihr müsst damit rechnen hier auch fotografiert zu werden also mit dem bild dieses kirmes feeling ja also also wie gesagt also gut privacy wichtiges thema ich sehe auch in vielen bildern dann doch irgendwie den menschen durch entweder stellvertretend also einfach dinge die mit menschen zu tun haben oder halt dass du dann auch teilweise hier mit 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 silhouetten gearbeitet hast mit mit unschärfen mit irgendwie vielleicht auch mal irgendwie nur so ein bein oder eine hand drauf hast also den menschen schon stellvertretend drauf hast gut lass uns mal kurz über die technik reden weil das oder die technischen herausforderungen weil die die spannenden fotos sind ja bei nacht da genau ist alles bunt und vor allem würde ich mal sagen 99 prozent der lichter sind leds und die sind dann teilweise doch sehr kräftig in den einzelnen farben und so hell aber auch aber auch so farbrein das heißt du hast dann teilweise echt probleme dass dir nicht was natürlich der rotkanal ausreißt oder so der rotkanal ist eher nicht das problem der blau kanal dass das böse bei leds echt wir hatten hier in der sendung eigentlich immer dass der rotkanal das arschloch ist aber das war glaube ich eher so bei den bühnen lichtern die die so aus dem aus dem aus dem glühenden bereich kommen also blau war dein problem genau blau ist das problem weil blau reist dann fast immer irgendwo aus dem farbraum raus also da sie bei dem bild sieht man es jetzt auch dass dem hat das oben dieser blaue bereich ist schon sehr an der grenze des farbraums was abbildbar war und wenn du die kamera einfach machen lässt mit automatik dann ist das das ist die automatik das ist schon die automatik also die automatik die hat das dann dass man kann man ein bisschen zoomen oh ja man kann ja da merkst du schon das wird teilweise schon fast flach an der stelle genau und je nachdem wie es danach bearbeite um dann die farben so rauszuholen wie sie wirklich waren und die stimmung gut einzufangen dann dann fliegt zum teil echt schnell weg das heißt du hast hast im wesentlichen die kamera machen lassen oder hast du dich dann viel mit manuell und so beschäftigt die meisten bilder sind tatsächlich manuell geschossen im sinne von belichtungszeit iso und blende den rest weiß abgleich und so weiter hat dann aber zum großen teil die kamera gemacht wenn die das gut macht ist das ja auch völlig okay genau in der nachbearbeitung ein bisschen zum teil nachgezogen hast du hast du oft bei so bei so harten kontrasten dass dann tatsächlich die die also hier bei diesem schild zum beispiel dass die eigentlichen lichtflächen ins weiß herausreißen und du dann nur durch die durch die umgebende umgebenden dunkleren bereiche dann irgendwie kontext und farbe rein kriegst es schwierig ist echt schwierig es ist halt auch technisch ein bisschen zum teil herausfordernd gewesen weil tagsüber hatte ich wirklich strahlend sonnenschein mit echt extrem hohen belichtungszeiten und so weiter das macht es dann auch wirklich schwierig menschen rauszubekommen weil jeder mensch der irgendwo ist auch nur im ganz kleinen ist gestochen scharf ach so du kannst natürlich nachts problemlos irgendwie ein paar sekunden gelichten und die menschen nach machen sind nahezu alle bilder 30 sekunden 20 bis 30 sekunden langzeit belichtung also du bist da mit dem stativ rumgerannt was für eine kamera war das war eine fuji film xt5 und was du hast schon ordentliche belichtungszeiten ok genau da bin ich nachts dann mit dem stativ rumgerannt und hier sieht man zum beispiel an dem licht auch von dem fahrrad das da lang gefahren ist und habe dann damit eben gearbeitet dass die leute die sich bewegt haben dann eben unscharf oder gar unsichtbar geworden sind aber du kannst du mal kurz zwei bilder zurück hin zu dem hier da sieht man mich auch genau ganz schön die herausforderung ein total tolles kunstwerk aber diese lichtstrahlen haben sich permanent bewegt wenn ich jetzt davon aber 30 sekunden belichtung macht da sind dann sieht das bild nach nichts mehr genau dann habe ich eine diffuse farbwolke dann sieht das bild nach nichts mehr aus deswegen gibt es zum beispiel von dem kunstwerk oder von ein paar anderen keine bis nur ganz ganz wenige bilder weil es einfach fast nicht möglich war die entsprechende der fotoport sie dann auch zu fotografieren weil da einfach immer leute drum herum waren ja das verstehe ich und dann musst du kürze belichten schwierige aufgabe ja habe ich tatsächlich eigentlich alles würde mit einem 55 bis von mit einem 16 bis 55 millimeter objektiv fotografiert f28 objektiv drauf nicht das objektiv die große größere variante die größere variante die lichtstärkere variante hier ist noch mal dieser tunnel du hast ach ja genau bist du das ist das ein selbst porträt du hast eine weste an eine grüne warnweste mit einem großen kamera symbol drauf war war das der standard für leute die fotografieren wollte oder hast du dich selber einfach so eingekleidet nein das war eine idee die mir vorher kam weil ich auch irgendwie mit auf social media gepostet hatte dass ich zugeben muss dass ich zum teil die fotopolicy einfach aufgrund der tatsache dass ich dann doch viele nicht dran halten dass sich viele viele dann doch eben mit handys bilder machen und so weiter sie einfach schwer durchsetzbar ist inzwischen und ich habe mir aber gesagt okay ich möchte den leuten zumindest klar machen dass ich jetzt hier mit einer großen kamera fotografieren dann können sie auch im zweifelsfall aus dem weg gehen wenn sie das unbedingt möchten und habt ihr auch zum teil verliehen ich habe davon mehrere gemacht cool an andere leute die fotografieren wollten das gibt ja noch so offiziellen touch genau es gibt einem offiziellen touch man hat mich dann auch sofort erkannt und habe da noch viel positives feedback dafür bekommen dass das mit den westen ist und so weiter und was wirklich praktisch war woran ich gar nicht gedacht habe zum beispiel in der situation stand ich im nebel im dunklen mit meinem stativ ewig lange mitten im weg und die waren es hat super geholfen damit mich die leute diesmal nicht umgerannt haben wie sie sonst gerne machen ja du klar du bist sichtbarer natürlich es ist aber es ist interessant also die wahrnehmung der leute ist natürlich interessant also in dem moment wo du diese diese wahnweste mit dem fotosymbol an hast glaubt du hast du hast damit damit sieht das sehr offiziell aus du hast eine große kamera also nicht bis nicht mit dem smartphone unterwegs und das damit natürlich anders wahrgenommen sind dann die leute auch anders mit dir umgegangen an dem in dem moment oder ich sag mal so ich habe mit meinen bildern und so weiter in der kommunikation gut genug ruf dass ich mich auch an die regeln halte dass die meisten leute eigentlich immer relativ entspannt sind wenn ich mit der kamera auftauch aber es hat diesmal auch noch zu einigen gesprächen geführt netten und eben hier ich finde deine bilder cool und so weiter das war ihm auch schön das hat tatsächlich noch eine ganz andere art der kommunikation zwischen den leuten und mir in gang gebracht das war echt schön ja privacy violations hast du gesagt gab es natürlich auch oder das heißt natürlich leider muss man sagen also da sind glaube ich tatsächlich die smartphones mittlerweile einfach unsichtbar genug in der wahrnehmung der leute dass man das gar nicht bemerkt dass da jetzt jemand fotografieren und auch ein paar bilder die ich so online gesehen habe waren dann drohnen fotos wo ich dann auch sage also ich muss auch sagen ich habe auch tonen bilder gemacht kurz gesehen aber jetzt kommt das große aber erstens bin ich eine drohne geflogen die unter 250 gramm fliegt das heißt die ich sehr sehr weit gehend fliegen darf auch in der nähe von bewohnten gebiet menschenansammlung und so weiter grundsätzlich auf dem gelände gilt natürlich auch das hausrecht der veranstaltung das heißt es kann auch einfach schlicht und ergreifend verboten werden ich bin dann tatsächlich ich habe dann in der tonik app der flugsicherung geguckt wo ich dann überhaupt fliegen darf in der nähe also da hast du natürlich immer noch so naturschutzgebiet und solche geschichten die da möglicherweise mit rein funken und da ist relativ viel naturschutzgebiet drumherum und ich habe dann eben dafür gesorgt dass ich mir eine stelle rausgesucht habe wo es erlaubt ist die außerhalb des geländes ist bin nicht über das gelände geflogen und habe sehr genau aufgepasst dass ich da fliege wo es erlaubt ist und habe dann da die paar bilder gemacht die aus der drohnenperspektive das sind dann diese diese übersichtsbilder von dem camp und so genau dann wo dann auch menschen im prinzip wenn überhaupt als als drei pixel drauf sind genau genau muss auch sagen die dj mavic mini 2 die auch nur zehn megapixel hat also gut da ist dann so viel gar nicht drin ja was du was hast du hast du irgendwelche heile hier sehe ich zum beispiel ganz interessantes ding das ist hier so eine licht installation die du einmal irgendwie kürzer und einmal länger belichtet das ganz offensichtlich gibt es für dich fotografische highlights wo du sagst job da war also jetzt dass das finde ich zum beispiel höchst interessant also silhouetten klar da die menschen natürlich irgendwie verschleiert und dann dazu noch diese komische lichtgeschichte mit diesen farben das sieht fast aus als ob sie irgendwie im offenen sensor irgendwelche diffraktionseffekte gegeben hätte oder so tatsächlich war das im nebel als es standen auf da gab es eine rampe in der mitte mit einem aussichtsturm der jetzt eigentlich da liegt wo diese helle dieses helle licht ist und das hat sich tatsächlich diese effekte auch so schon gezeigt also das muss an der lichtquelle mitgelegen haben cool abgefahren also ja also ich bin ich bin begeistert vor allem weil es mich der der diese chaos kongresse kennt dann auch so ein bisschen naja so ein bisschen dieses feeling wieder mir vermittelt hat also die atmosphäre kommt da echt gut rüber deine bilder sind jetzt auch flicker hier und zwar hast du die lizenziert und dabei share like also mit namensnennung und unter gleicher lizenz weiter zu scheren und du hast ordentliche qualitäten hochgeladen ich habe geguckt also die sind irgendwie so knapp knapp 30 megapixel pro bild also die 36 megapixel die die kamera hat in der regel außer ich musste ein bisschen kroppen sehr schön also wer möchte und solche bilder braucht da gibt es welche bedient euch genau hier sieht man jetzt zum beispiel auch so eine installation die unfassbar hell war eigentlich ich glaube das bild ist jetzt mit tatsächlich eine achttausendstel sekunde und blende 16 oder so gefotografiert damit ich überhaupt in der farbe rausbekommen haben also challenges links und rechts und überall challenges sind eben wie gesagt auch selbst bei den langzeit belichtungen wird es immer schwieriger je mehr leute da waren also viele bilder sind zum beispiel noch von tag minus eins und tag null also bevor das event richtig losgegangen ist weil da einfach weniger leute unterwegs waren und ich da noch ein bisschen freier fotografieren konnte weil selbst mit 30 sekunden belichtungszeit schaffen das manchmal dann doch leute in der dunklen ecke ihren kopf sehr lange nicht zu bewegen ich ja und dann möglicherweise noch von dem bildschirm beleuchtet das genau und dann hast du plötzlich eine person drauf die du vorher gar nicht wahrgenommen hast und dann ich muss sagen ich musste deswegen weil leute tatsächlich drauf waren zwei drei bilder aussortieren bei ein paar bildern habe ich noch die gesichter zusätzlich unkenntlicher gemacht als sie schon waren weil ich mir gesagt okay leute die sie kennen könnten sie erkennen vielleicht aber tatsächlich habe ich schon sehr darauf geachtet dass nirgends leute zu erkennen hast du den artikel gesehen das vor ein paar monaten mal irgendwie durch die social media gegangen da hat irgendjemand bilder mit 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 oder gesichter durch kai ersetzt durch generierte kai gesichter in fotos was hältst du von solchen geschichten dieses ganze kai thema für dich persönlich schwierig es wäre aber trotzdem für die bilder keine lösung weil ich dafür trotzdem dann bilder hätte auf meiner speicherkarte wo man die person erkennt ja und das ist neben nach der foto policy nicht zulässig das heißt das muss ich eigentlich schon zum zeitpunkt zu dem das bild gespeichert wird auf meiner speicherkarte muss es sich eigentlich schon an die policy halten ja ja sehr schön also holt euch reichlich bilder hiervon hast du viele gemacht von dieser lichtinstallation habe ich ganz viele gemacht genau weil sich das einfach so toll auch als hintergrund angeboten hat und ich mir dachte das wollen bestimmt leute als hintergrund bild nutzen dann und jeder hat einen anderen geschmack und da dachte ich mir mache ich ganz viele und wie du ja eben auch gesehen hast es gibt auch ein video davon das heißt man kann es sich theoretisch sogar als video hintergrund einrichten sehr schön gut also leute bedient euch solange die entsprechend der lizenz benutzt habt ihr hier richtig gute hoch aufgelöste bilder von einem chaos event und kann man im bedarfsfall auch sehr sehr groß drucken genau auflösung also ich habe es jetzt gerade eine von diesen raketen in meter zwanzig mal 80 glaube ich gedruckt auf alu die bond das sieht schon sehr geil aus ja leute ich möchte gerne komplett bedruckte wände sehen hier reicht reicht die bitte ein also leer vielen dank dass du dir zeit genommen hast und gerne gerne mal schön weiter fotografieren natürlich